Baushi hat heute Geburtstag. In den letzten Monaten hat dieses Girl mich richtig inspiriert. Irgendwie war ich nicht mehr so richtig glücklich in meinem Leben. Als ich mich dann mit dem Thema Dankbarkeit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass einfach Dankbarkeit der Schlüssel ist für ein glückliches Leben. Sonst könnte man einfach immer schlechte Laune haben, weil man die Dinge nicht hat, die man haben möchte. Aber man muss auch die Dinge sehen, die man schon in seinem Leben hat. Leider bin ich mit dem Bild heute nicht fertig geworden. Macht gerne das Pustück, wenn ihr sehen wollt, wie es sich entwickelt.